so weiter geht es jetzt hier mit den tauchgängen und damit abhören geht es hier ach so mal wieder so in die offene runde rein yo ok was zum warum hängt sich das hier gerade so komisch auf naja wo müsste ich überhaupt hin? ja das sehen wir ja da haben wir schon mal einen wenigstens drinnen und da war ein nummer 2 gleich drei auf einen streich und jetzt kommt die bohrung na dann ja ok das kam unerwartet das schätze ich halt so richtig wie schwer diese aktivitäten sind bleibt man eigentlich schon da dran dass das hier schon übel viel schaden reinballert und jetzt müssen wir neu ein paar gegner auseinander nehmen für ein paar treibstoffzellen oder was ist jetzt hier schon da los ok das war dann da raus drin keine ahnung inwiefern das eine gute idee ist jetzt überhaupt rein danken zu wollen aber naja naja na das erst immer was für ein naja auf jeden fall kann man jetzt hier momentan die zweite disponieren jetzt wahrscheinlich sowieso nichts bringt mich bringen wenn wir bei den kürzester zeit schon wieder komplett weg ist aber wer es ist halt irgendwas hat passiert wie auch immer mal als erstes mit dass sie hier rein okay jetzt doch nicht das geht eigentlich sogar ein fahrschritt ja mein gott ich sehe es auch selber dass wir nur drei stoppen brauchen was für eine lehnten also wie viel problematisch sind die gegner hier hat eigentlich bis jetzt wirklich mal so etwas schwer ja okay das wird mir aber sehr schön in dem ding weggeklatscht mächtiger feind jagd ich ja gut das schaffen wir nicht mehr ich weiß nicht wenn man hier so hart in die mangel genommen wird ja okay das hat jetzt keinen unterschied mehr gemacht was wir rechtzeitig geschafft haben du wurdest erwischt jetzt bleibt dir nur noch der kampf wo sind wir jetzt hier gelandet mhm ein lärischer gefallener hund auf ewig begehrte beute ausgeburteszauns von peitschengetren wär auch zu schön wenn das funktionieren würde so muss es halt etwa das tun ja die wiederherstömen ist auch ziemlich praktisch sage ich in dem moment in dem ich was abkratzt aber okay wunderbar ein drittel zerstöre den servitoren schwamm na dann kommt raus kommt raus wo immer ihr sein ok das ist vielleicht ein bisschen zu viel gebäude gerade oder laut einfach ab das geht auch da haben wir einen ja wir holen jetzt die Jaws nochmal reicht das das geht sogar zu weit ne ja 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 mitnehmen kann man trotzdem ja noch dümmer ja echt diese komischen Gegnertypen sind echt einfach nur sinnlos schwach ja 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 die ich gerade spiele. Und selbst dann kann man sich nicht wirklich Schwierigkeiten nennen. Na. Ähm. Ja. Was war das gerade jetzt? Mal einen. Und zwei. Ja. Bisschen zu spät mal. Ähm. Ja. Wann wir doch nicht. Da von gleich an hier zu kochen. Bringt ihm halt nur herzlich wenig. Weil er dann trotzdem nichts mehr mitreißen kann. Bei dem Schaden den er gerade kassiert ist es eben noch eine Frage der Zeit bis der jetzt kommende Schrott ist. Sag ich ja. Teleport Barke läuft. Sloan. Ich hab gar nicht nachgefragt wie du mit diesen Neuigkeiten klarkommst. Ich weiß, dass du kein Fan von der Schar bist. Oh. Äh. Das ist ähm. Und das war die Nummer hier. Also schnell hier durch. Die Nummer soll jetzt beweit im Einfahrer gehen als das andere Ding vorhin. Merkt man dann schon dadurch, dass die Gegner hier teilweise One-Shot sind. Also kann man einfach schnell hier durchrennen. Den einfach mit dem H1 mitgeben und dann passt er schon. Oder hat eben zwei mit den Rhyrans. Abgesehen von den Bombern hier. Ja, komm. Ja, komm. Na, komm, als ob ich, als ob das Cup beides der Nebengang ist. Die erste Seite verteidigt. Abt auf die andere Seite. Damit wir dann das gleiche Spiel nochmal machen können. Das war's doch hier, ne? Na, geht doch. Okay, keine Ahnung, wie das andere Ding gerade explodiert ist, aber das muss man auch nicht verstehen. Okay. Auch mal interessant, dass man die so abhalten kann von dem Sturzflugmanöver. Hm. Schön nochmal die Nummer. Jetzt wird's. Jetzt wird's auf der anderen Seite, denke ich. Ja. Und gerade nochmal drauf. Es ist bekloppt, wie gut das funktioniert. Es ist auch so ein bisschen schwerer war, als es jetzt ist. Wird auch nicht wirklich viel, aber trotzdem. Oh, ne? Bisschen nachlässig. Bisschen nachlässig. Das ist besser dran, wenn ich jetzt hier zu viel Schaden bekomme, mache ich zumindest mal einmal eine Feuerpfütze. Ja. Na stimmt, jetzt kommt die Nummer. ist ja noch besser man kann hierbei schon direkt schaden machen wenn die auftaucht und das war es auch gleich mit dem türken hier ich bin jetzt immerhin schon dadurch dass der über die hälfte schon schaden hat jetzt erst mal die granaten wieder aufladen und dann hat sich das gleich sage ich ja komplett sinnlos die aktivität hier aber machen kann das trotzdem wenn man kommt man nicht mehr wirklich was ja da habe ich das sind oder quatsch hier auch immer damit würde ich sagen was das mit dem part also bis zum nächsten mal doch wiedersehen